Ja moin Leute, einen wunderschönen guten Tag zu diesem Video. Ich bin gerade unterwegs nach London, denn 2K hat mich eingeladen und ja, ich darf heute WWE 2K18 ein paar Tage vor Release spielen. Deswegen fliege ich nach London. Außerdem gibt es da noch ein paar kleine geile Sachen, die dann noch dazu kommen. Ich versuche auch alles, was ich heute aufgenommen habe, nochmal auf Twitch auszustrahlen und natürlich auch auf meinen Gaming-Kanal zu laden. Link dazu ist in der Videobeschreibung, könnt ihr euch gerne mal geben. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf das Game und auf den ganzen Tag heute und jetzt geht es erstmal schön geschmeidig nach London. So, ich bin jetzt angekommen und wurde jetzt auch abgeholt, werde da jetzt hingefahren. Mal sehen, was das jetzt wird. Ich liebe ja den Londoner Verkehr. Der ist ja so schlimm. Aber hilft ja nichts, muss man durch, wenn man das Ding zocken will. Und ja, Flug ging alles gut, alles gechillt. Alles geil. Bis jetzt. Mal schauen, wie es spielt. So Leute, ich bin jetzt da. Ich habe erstmal übel Hunger. Natürlich sorgt 2K4. Es gibt anscheinend was zu essen. Und wir sind jetzt hier schon in der Location. Der Verkehr ging sogar dieses Mal. Ich hoffe, zurück geht es genauso gut. Hier erstmal essen, ist klar. Das Rote liegt nur am Licht. So Leute, ich bin jetzt hier auf dem Einsteigen. Das ist alles nicht so einfach, Leute. Capture Card, Externe, da kommen einige klar. Laptop mitgenommen. Eigentlich wollte ich alles auf den Disk speichern. Deswegen habe ich mir extra nochmal eine externe Festplatte geholt. Und was passiert natürlich? Die hat überhaupt keinen Anschluss gehabt für eine externe Festplatte. So, ich glaube, ich habe jetzt alles hinbekommen. Und jetzt zurück ich erstmal eine Runde. So, ich habe sie gerade am zocken. Ich habe auch jetzt ungefähr eine Stunde oder so aufgenommen. Das Ganze gibt es auf meinem Gaming-Kanal. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Das heißt, da findet ihr dann meine komplette Anzugs-Session. Ich habe das auch live kommentiert. Also, die Anzugs-Session hier aus Norden seht ihr denn auf meinem Gaming-Kanal oder natürlich auf Twitch. Ansonsten zocke ich jetzt hier noch das Match zu Ende, weil mein Laptop es sich gerade verabschiedet hat. Und es wird aber eng, weil ich gerade Ren Aro abbekommen habe. Aber zum Glück hat Eddie Guerin im Widerstand. Wir spielen mich gerade mit Eddie gegen Neville, Cesaro und Chris Jericho. Nee, Jericho ist schon raus. Ich habe wirklich einen Achtmann-Battle-Royal, einen Achtmann-Battle-Royal gemacht. Und das geht jetzt endlich. Nach 1000 Jahren kann man endlich mal zu Achtmann im Ring sein. Das ist richtig cool. Und vor allem kannst du auch die Battle-Royal, kannst du jetzt die ganze Match-Arte wieder separat einstellen. Was da passieren soll, ob man rausgehen darf, ob man rausgezählt wird. Gerade bei Battle Royals war das immer ein bisschen schwierig und das kannst du jetzt alles separat einstellen. Das ist super gut. So Leute, jetzt laufen wir hier ein bisschen rum und zeigen euch mal, was hier alles los ist. Zum Beispiel der Edeljobber ist am Start. Der Edeljobber ist am Start. Mein Name. Mein Name. Völlig verwirrt. Irgendwie ist das die gleiche Straße wie letztes Mal. Und es sieht auch irgendwie innen so aus wie letztes Mal, aber es ist nicht das vom letzten Mal. Also ich bin echt ein bisschen auf Wort, wie das hier ist, aber naja. Wetter ist genauso schön wie bei uns. Ich gehe jetzt wieder rein. Hier draußen ist ja blöd. London. London. Wenn wir hier noch ein kleines Bild von Orleans. Sieht aus wie gesprayt. Sieht aus wie geil aus. Letztes Mal hatten sie hier so einen kleinen Ring aufgebaut. Das ist auch lustig. Aber jetzt hier nur so ein bisschen Partylichter. Naja. Dann gibt es hier noch die Möglichkeit Cover zu drücken für 2K18. Mit sich selbst auf. Ziemlich geil. Das probiere ich jetzt gleich mal. So, jetzt habe ich mein eigenes Typ 18 Cover. Ja. Ja. Kann man mal machen. Hallo Leute, ich bin heute wieder und ich sitze hier mit Karl Andersen und Luke Gallows. Wie geht's euch? Wie geht's euch? Wie geht's euch? Danke, dass wir uns auf deinem schönen Show haben. Ist das ein YouTube-Show? Ja, YouTube. Cool. Mein 5-Jähriger möchte ein YouTuber sein, also ich zeige ihm ein paar Dinge. Okay. Aber? Ich weiß nicht. Ich habe einen YouTube-Kanal. Viele 5-Jährige haben YouTube-Kanäle. Okay. Du bist in der WWE 2K18-Videogame für den ersten Mal. Du bist nicht in der ersten Mal. Wir waren in den letzten Jahr als Downloadable Charakter. Ja. Oh, ja, ja. Ja, genau. Ich habe es in den letzten Jahrzehnten. Ich habe es in den letzten Jahrzehnten. Ein paar Mal. Aber nichts, ich glaube, dass es nicht gemacht wurde, kann matchen. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen gesehen haben, seitdem Sie hier sind. Aber es ist absolut großartig. Die Graphics sind besser als immer. 203 available Charakters in diesem Spiel. Der größte Roster ever. Mehr gameplay modes als immer. Du kannst in der Gegend. Du kannst pre-orderen. Und jetzt? Oder du kannst den All-American Kurt Angle oder... Der ECW Wrestling Machine Kurt Angle. Ich dachte, das war ziemlich cool, aber es dauert nicht lange. Das ist cool. Was ist das? Der ECW Wrestling Machine. Das war ein Jahr. Ja, das war cool. Aber dieses Jahr bist du nicht nur ein DLC Charakter. Du bist ein anderer Tag Team. Ja? Ja. Vielleicht hast du dich in der nächsten Zeit. Ja. 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 Ich liebe Video-Games. Ich liebe Video-Games. Ich liebe WWE 2K17. Ich liebe Mario Kart, NBA 2K17 oder NBA 2K-Everything. Okay. Ich liebe Video-Games. Ich liebe Video-Games. Ich liebe Video-Games in meinem Haus. Mein Vater ist 10 Jahre alt. Er liebt, 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 liebt WWE No. 1. Und viele verschiedene Sports-Games. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Er ist ein Madden-Kid. Er ist ein großer Madden-Kid. Ich lasse ihn auf mich. Ich lasse ihn auf mich. Ich lasse ihn nicht wirklich, weil ich habe eine Wahl. Kann er gegen Seth Rollins gegen seinen Mann-Title verletzen? Nein. Er könnte... Er könnte... Ein bisschen mehr Seasoning. Und er könnte definitiv machen. Das ist ziemlich gut. Er lebt richtig, wenn er die Anzahl an seinen Freunden auf seine Freunde. Und sein Vater. Ja, sein Vater. Ein paar Heel-Tanzels. Wie oft sprechen die Leute über den schnellsten Charakter? Nicht sehr oft. Nicht sehr oft? Surprising, ja. Ich mag nicht darüber sprechen. Okay. Aber... Ich liebe diesen Charakter. Ich denke, er wird nicht viel darüber gesprochen. Ich denke, weil seine Appearance so anders ist. Ich denke, dass die Leute nicht die beiden zusammenfassen. Ja? Ja. Er sieht einfach nicht wie die gleiche Person. Das war eine lustige Sache. Ich habe mit Ray Gordy, der son von Terry Gordy. Das war mein Partner. Jesse. Er war ein 23 Jahre alt. Er hat eine Freude auf WWE Television. Man kann sich nicht mehr fragen. Ich hatte viel Spaß mit ihm. Er hat mich, wie ein TV-Wrestler zu sein. Und... Spannende Erinnerungen. Okay. Und was ist deine lustige Geschichte, was passiert in der Ring? In der Ring? In der Ring? Ja, in der Ring. Ich war einmal ein Lumberjack. Und ein legendarischer Superstar war in der Ring. Und er hat einen Body Slam und pooped his pants. Und poop shot out everywhere. Nice. War es auf TV? War es auf TV? War es auf TV? Nein, es war nicht auf TV. Ah! Ja. Es gab Zeiten, die Röpe auf mich und ich habe auf den Boden fallen. Und ich habe ein paar Mal farts in der Ring. Ja. Ich habe mich auf deinen Stomach gestoppt. Ja, er hat. Viele Male Male. Okay. Einige Dinge passieren da. Ich habe hier deinen Show gemacht. Ja. Danke. Hast du irgendwelche Westerlern für einen jungen Westerlern? Ja. Oder solche Leute, die in der Westerl trainieren? Ja. Findet eine gute, reputable Schule, wie? The Good Brothers Dojo in Jenkinsburg, Georgia. Owned und operated by one Raw superstar, Luke Gallows. Okay. Es ist ziemlich schwierig für Leute aus Germany, aber... Nein, es ist nicht. Sie können nach Amerika gehen und wir können nach Hause sie. Ja, das ist richtig. Es ist nicht schwierig. Nein, es ist schwierig. Nein, es ist schwierig. Nein, es ist schwierig. Nein, es ist schwierig. Ja. Es ist schwierig. 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 Okay. Ja. Das ist alles für dieses Interview. Danke, Mann. Ich hoffe, dass du W.W. 2K18 verkaufst. Ja. Ich hoffe, dass du mit uns spielst. Ja. Und ich hoffe, dass du gewinnen. Natürlich. Ich gewinne immer. Du gewinnst dein Leben. Ja. Vielen Dank. Danke. Danke. Danke, Mann. So, ich komme jetzt gerade vom Interview mit Luke Gerdos und Karel. Das sind sehr lustige Typen. Und, ja. Cool. Ähm. Immer noch ein bisschen aufgeregt, aber das gehört halt irgendwie noch dazu. Das ist halt nicht irgendwer für die Wrestlingindustrie. Jetzt ist Holger dran. Der darf jetzt auch ein kleines Interview führen. So, ich habe jetzt noch eine Stunde oder so, dass ich abgeholt werde. Das heißt, ich kann jetzt einmal noch eine schöne Stunde W.W. 2K18 zocken. Ich kann es leider nicht aufholen für euch. Ähm. Aber. Ich kann zocken. Ihr könnt euch für mich freuen. Ja, kleines Fazit schonmal von hier bis her zum Game. Es ist, ich will nicht sagen, viel besser als 2K17, aber das, was man hätte bearbeiten sollen, haben sie gemacht. Ich hatte halt nicht viele, nicht viel Kritik für 2K17, aber das, was wir auch letztes Jahr hier mit Franz an Kritik hatten, haben sie alles umgebaut. Franz hat sich ja gleich wieder geärgert, dass dieser Highlight Rear Modus, dass der halt unbrauchbar ist. Und das ist ja jetzt nicht mehr. Jetzt ist er wieder so, wie er noch zu 2K16 war. Und generell sieht es super aus. Ähm. Schon alleine die, der Startbildschirm, ja. Also ich habe jetzt hier gerade vor mir AKO von Randy Orton. Das sieht einfach so geil aus. Also die haben da schon ordentlich dran gewerkelt, gerade jetzt mit dem Neuer Engine. Was mir halt so aufgefallen ist, ist, dass der Ref ab und zu mal verbuggt ist. Also auf jeden Fall war er, war er das im 8-Man-Match völlig überfordert mit der Situation. Auch als ich dann alleine im Ring war, hat er einfach nicht gezählt. Also das ist schon... Aber das ist halt ein Bug, der wird gefixt und dann geht das wieder. Ansonsten finde ich die Aktion auch geil, dass man mit der Deluxe Edition 4 Tage R spielen kann. Was halt immer in diesen ganzen Trailern eingeblendet wird. Aber das ist eine coole Aktion. Ähm. Gerade für die ganzen Fanboys, die es einfach nicht abwarten können. Ist das halt geil. Ähm. Gerade weil man ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder Leute hatten, die es durch irgendwelche kleinen Händler oder sind, schon ein bisschen Air bekommen haben. Das ist dann halt unfair. Wenn du online gegangen bist und deine ganzen Freunde haben das gezockt. Und du sitzt da und kannst es halt nicht machen. Und jetzt geht das halt. Es tut ziemlich geil. Und ansonsten ist es vom Aufklär her das gleiche Spiel wie 2K7 Team. Und das finde ich super geil. Und ähm. Ja. Cooles Event hier. Ich hoffe, ich komme noch nach Hause. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal noch eine Runde bei der Zock. So. Es ist aber noch hell. Ähm. Geiler Tag auf jeden Fall. Ich bin jetzt recht viel auf dem Fahrer gespannt. Ich setze mich gleich wieder vorne hin. Das war mein erstes Mal besser vorne zu sitzen. Jetzt bin ich im Auto unterwegs zum Flughafen. Und jetzt geht es wieder durch Londons Innenstadt. Und das wird sehr anstrengend wieder. Aber. Hör ich da nichts. Die Hinfahrt wie gesagt war eigentlich ganz chillig. Da ging alles. Aber jetzt Berufsverkehr. Feierabendverkehr. Das wird alles schwierig. Ich bin gespannt. Ähm. Ja. Aber. Mein Fahrer wird es schon. Schaffen. London halt. Ich bin angekommen. Ist sogar pünktlich. Ich habe jetzt sogar noch anderthalb Stunden oder so. Bevor der Flieger geht. Anders als letztes Mal. Da hatte ich noch minus fünf Minuten. Bevor der Flieger los geht. Also ja. Endlich mal gechillt hier in den Laden rein. Ähm. Cool. Ich habe sogar schon mal meine Bordkarten. Ich habe sogar schon mal meine Bordkarten. Das heißt ich kann jetzt ganz zu schmalig da rüber gehen. Alles ist gut. Gefällt mir. Heute mal eine chillige Runde. Das geht nach Hause. So ich bin jetzt wieder in Deutschland. Und auf dem Weg zu meinem Auto. Und jetzt muss ich erstmal den Parkschein bezahlen. 21 Euro. Für die was. 10, 12, 13 Stunden. Die ich jetzt da stand. Krank ey. Naja. Hilft dir nix. Trotzdem geiler Tag gewesen. Und jetzt geht es ab nach Hause. Und dann glaube ich werde ich gleich ins Bettchen fallen. Bin mir übel müde. Und natürlich noch ein fettes Dankeschön an 2K für die Einladung hier. Zu diesem Event. Und ja. Vergesst nicht den Kanal noch zu abonnieren. Daumen nach oben zu geben. Und Meinungen. Anregungen in die Kommentare zu schreiben. Das war's. Haut rein bis zum nächsten Mal. Und tschau.